Trebs hier wieder abkrankt man bis beziehungsweise Minecraft kackt vorher ab dann kackt Fraps ab es geht mir also wie Gronkh aber hallo und ich finde mir gerade was zu trinken auf weil ich meine Stimme eindeutig schmieren muss stimmt ja da hab ich auch noch nicht dran gedacht steht bei mir daneben hab ich extra als professionelle als Player bereitet man sich sowas vor gut Gronkh macht sich das nicht aber der Verwürste dann halt dran und seine Stimme kackt ab gut Deutsch und abgut Deutsch aus gute Dörter die Züge Gute Dörter Prozent die Schicht lang seinen Baum Prozent sechs Stück Prozent soll also diese Plattform wird einfach so was von dermaßen heller leuchtet dass hier einfach keine vierte kommen das finde ich eine sehr gute Idee ach ja Tresherl deine Felderwirtschaft ist echt sehr mutigend dass Tresherl über die Zweiter macht so jetzt bauen wir nur noch ein bisschen ja bei seiner Felderwirtschaft also Janik bitte echt ein absoluter Motivator 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 ich bin Motivationstrainer also Tresherl es tut mir leid es tut mir leid deine Felder zu beleidigt zu haben ich schmeiß dafür sogar mein Schwert ins Wasser ja es rostet es tut mir wirklich leid du kannst es am Schwert erklären also echt Janik dein Schwert rostet genau und äh okay das kann man jetzt auch anders hin ich weiß ähm muss man aber nicht ich weiß Tresherl traurig ist halt dass hier die Felder nicht bewirtschaftet wird die werden absolut äh hervorragend äh bewirtschaftet und jeder äh vollidiot äh der übrigens die Felder äh ne ach Dankeschön jetzt da Halleluja Entschuldigung äh wer jeder vollidiot der die Felder übrigens beleidigt kriegt ab sofort von mir ein in die Fresse Janik ich komme dann mal vorbei ähm vorhin einige Zeit mit einbeschlossenen ich bin aber noch nicht betroffen ey aha zu spät um diesen Vertrag zu erinnern ah ich sag dir du kriegst auf die Fresse Tresherl äh nicht in der Hinsicht wie eigentlich geplant aber immerhin ich sag dir ähm Herr Schatz ich hab Pfeile haha ja ich auch ich geh jetzt von der Stärke hört auf euch mit äh Bogen mit äh ja Stärke ach so die Stärke Bogen ich dachte schon die die Stärke die Stärke Stärke das hat jetzt immer noch keiner verstanden ja äh nicht die Power Bogen die Stärke 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 zum Backen Essen Stärke was soll da dann schlecht sein ja der war total gut haha haha ah keiner hat gelacht manchmal wir haben Kohle verloren, 26 Kohle. Entschuldigung, 26 Millionen... Ähm, nein, die haben... Hier, ich geh mal kurz mit dem schön animierten Feuerzeug dahin, dem schön animierten Zippo. Enderman, weg mit dir. Dem schön animierten Zippo. Bitte. Au! 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 Ich hab angefangen zu brennen, schon wieder! Messerkabel, Schere, Licht, in dem Fall Licht sind für kleine Kinder nicht. Na, Yannick, das wissen wir nur zu gut. Im Fall, wir uns beide verbrannt haben. Warum denn? Also, das Geräusch war jetzt nicht ich, obwohl ich auch gerade getrunken hab. Das Wassergeräusch. Welches? Das Janik gar nicht mal mitgekriegt hat. Ich hab auch gerade getrunken. Haben wir noch Bonemeal? Ja, wir haben auch Bonemeal geklettert von Bonemeal. Wir haben genug Bonemeal. Sag mal, ihr zündet die an. Ja, natürlich, ihr habt einen, so Sad, der, der gibt, der, 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 der die. Ah, her, ich hab jetzt einen, zwei, drei, zwei, drei. Ich hab jetzt eine, zwei, zwei, drei, drei, zwei, drei. Ich bin nur am Kuchen. Ich bin immer am Kuchen. Ich bin immer am Kuchen, unsere jetzigen ziele wir sind jetzt ich habe ich habe den scheißdreck verlegt sie könnten eigentlich mal ausgedruckt hatte ich muss mal gucken vielleicht liegt das direkt vor mir aber ich glaube das sind eher nur der verrate nein ein teil davon trapdoors stone pressure plates wurden pressure plates und cobblestone stairs es ist ein teil ich muss mal kurz hinter mich gehen gucken ja da haben wir sieben alles das ist gut jetzt habe ich wieder den hässlichen blauen stift mit dem ich das abmacht also ab kanko ok ich mache gut schweb doch schon mal reich das small lake das ist unsere nächste aufgabe bauen einen kleinen teich er kollekt vor tief vor die 6 64 eros and crafte bau das haben wir erledigt ich sag das jetzt einfach weil wir auch die pfeile schon großteils geschossen haben und die brüllen haben wir auch bekommen ja ein stück sind geplant warte hier hast du ein 64er stück wo ist die nicht aus dem ofen ich habe dann kann ich ja das da auch schon mal machen kraft 10 trapdoors jawoll dann war irgendwo hier gerade was ist es sich 6 6 worden ab ich will jetzt noch leckte die vier vier schloss also die 50 für die ins abelette hatten wir mal ich habe mir danke mir lohnt ich habe Hunger ja ich habe mir das lassen wir nicht einfach so um es sei jetzt Leather 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 Oh wir haben genug und aber ich glaube die Fences haben wir geschafft haben die Fences hat nämlich Treasures mal gemacht ja die Hammer okay dann beginne ich jetzt einfach mal grob gesagt Apfel äh beginne ich jetzt einfach mal grob gesagt wenn Treasures genügend Koppel hat ich hab gar keinen Koppel machen wir die Tiefers Ende Ende und gilt mein deutsch das macht also wir machen 10 Tiefers Ende und jetzt mache ich irgendwas mit diesem Trappdorf und äh Janik du baust am besten einfach Koppel ab weil ich brauche dann Koppel unbedingt für den Seen ich meine ich kann ja gerne Koppel geben ich höre da Töne Geräusche also von mir kommen sie nicht ich habe jetzt extra nochmal meine normale Soundanlage ausgeschaltet Koppel von mir auch nicht von mir auch nicht von mir auch nicht von mir auch nicht eigentlich müssten sie von Tresher kommen äh nein bist du eigentlich die Behindert für der Vollidiot der gerade wer wer die Jahre hat der Kuhle haben jetzt auch wieder ordentlich machen die das bedeutet wir haben halt auch ordentlich Fackeln so behindert sich nicht aber ja Fakten ja ähm was brauchen wir noch Tresher es kommt von dir sicher den Teil bitte nein ich höre die auch über den Kopfhörer eine Milliarden Prozent von dir kommen weil woanders kommt sie nicht her ich habe das nie nein 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 man hört man hört die ich habe ja schon durch eine Tür ich habe keinen ja 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 jetzt ist es gerade wieder weg die da mhm 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 ja da musst du dir mal keine Ahnung ja weil ich eine Tür aber man hört das übelst doppelt ja kann ich auch machen ja jetzt stehe ich hier drin nochmal her klar das ist doch nicht höher man hört es nicht mehr so laut also ich man hört es nicht mehr so laut wir haben immerhin wieder ein Bett toll ich brauche ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin natürlich ja okay drei auch doch wie viel Wolle brauchen wir denn wir lieben noch es sind zwei Betten ein Vollhorst wir haben ein Bett wir brauchen noch mal drei ah okay gut den da können wir ja noch du machst einen Abgang oder sagt es mir rechtzeitig selbst das bett ist irgendwie leicht 3d gemacht in dem texte pack ist es echt geil gemacht nicht ganz also ja es ja schickt cool genau du machst die Werbung für deinen texte pack ein langes Ding bleibt verstehen ja genau dann kann ich dich schon mal hier voller koppels zu machen du hast mich angekoppelt ich bekoppeln kann ich dich schlecht immer ja treasured das findest du jetzt wieder ganz witzig ich hab grad an andere dinge also das ist doch mal super ja gib mir ein bisschen genau so wenn ich jetzt die Framerate sofort runter wenn ich rausgehe woher willst du das wissen außer du hast die ganze Zeit F3 on bei mir geht es jetzt so wow siehst du ähm ich hab überhaupt nicht F3 ey aber sowas von habe ich jetzt F steuerung äh Schiff F3 ja weil er ruckelt bei mir auch nicht aber ich weiß dass die Framerate läuft und ruckelt wir könnten alle ausnahmsweise mal pennen wir könnten alle ausnahmsweise mal pennen dann machen wir erst 66 95 ich bin schon am pennen Junge hüpft nicht auf mir rum ich kann's gleich auf Hallo und zwar auf deinem Krat ja ihr zwei grad den Leck Tresor 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 ja da da guck mal hier hier gehst du kommst du leg dich jetzt endlich hin bevor die Nacht rum ist ja hau hau ich schnarche oh scheiße das ging doch recht schnell ja ja aber ich hab' 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 jetzt weiß ich auch wieder was mich auf den Keks geht ich hab endlich dieses behinderte Minecraft Sound ich hab endlich den behinderten Minecraft Sound ausgeschaltet ich weiß doch es ich bin Level 2 ich bin Level 1 äh ne doch äh ne doch was äh ne doch ja wie der Weltreise wir haben doch eben noch sauf die Erde hier dann kann ich da hinten schon anfangen sozusagen die Plattform und 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 da hinten dürfen auf keinen Fall Creepers spawnen äh Threshork du glaubst wir haben die Arbeit weil sie ja echt hier zuerst kannst du dir so was erlauben Prozent Leck 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 Leck